Ein Thorax Trauma ist eine Verletzung des Brustkorbs oder der Brustkorb beinhaltenden Organe. Das heißt, dass bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel oder bei einem Sturz aus großer Höhe die Rippen oder das Brustbein geprellt oder auch gebrochen wird sein können. Dabei kann es zu Einblutungen in die Lunge oder in den Brustkorb selber kommen. Das Zwerchfell kann einreißen. Das Herz kann einreißen bzw. der Herzbeutel. Auch hier kann es zu Blutungen kommen, die natürlich notfallmäßig sofort erkannt und behandelt werden müssen.